Really, really sad story. Das ist ein kleiner Dachs. So ein Mischling aus Dackel und Jagdhund. Ein süßer Hund. Oh, da muss ich was essen. Ja, guck mal. Das ist ein lieber Hund. Was haben die denn mit dir gemacht? Ja, was ist das denn? Wer hat dich denn so hungern lassen? Ach du armer Schatz. Boah. Sie hat den Hund gefunden von der Woche. Sie hat es versucht, bei sich zu Hause geht es nicht. Sie hat den Hund ihrem Vater gebracht, den kleinen Hund hat. Leider hat er den kleinen Hund gebissen. Deswegen kann sie den nicht haben. Und sie hat sieben Hunde. Sie hat gesagt, sie hat sowas noch nie im Leben gemacht. Das ist nicht ihr Hund, sie hat ihn nur gefunden. Aber sie sagt, der ist so lieb und so toll. Das bricht ihr das Herz. Und morgen kommt eine Freundin von ihr. Aus Palma. Und, äh... Ay, das ist so mit total leid. Das ist so lieb. Nein, keine Probleme. Die Frau, am Mann, kommt das mal. Ja, die drei Tage, ich habe es. Ja, die drei Tage, ich habe es. Ja, den erst seit drei Tagen. Martin, schau mal. Also wenn man die hochnimmt, dann quietscht die, okay? Also ich tu dir jetzt nicht weh oder so. Ja, klar. Das kriegen wir doch nicht. Kein Problem. Susi, du kriegst jedes Mal ein Leckerli, wenn du hochgenommen wirst. Ja, Süße. Hallo. Das ist Susi. Wie süß. Ja, was ist das denn für eine Süße? Ein feines Mädchen bist du. Ein ganz feines Mädchen. Lass mich doch nicht von jedem Kerl anfassen, oder? Ja. Du. Was insinuierst du? Ein Süßes. Oh, guck mal. Was für ein Süßes. Dass das jemand nicht haben wollte, ne? Wie anmutig. Ein so feines Mädchen. Ganz feines Mädchen. Kleine Elfe. Sieht aus wie unsere alte Crazy bisschen. Unser erster Hund, unser Königs und Chefhund. Ja, meine ich ja. Ja, meine ich ja. Wie vieler Süßes. Oh. Guck mal, die quietscht gar nicht mehr. Bei Sonja quietscht. Das bisschen. Die auch nicht gequietscht. Nein. Die auch nicht. Nein. Unser Teddy, den haben wir mittlerweile dreieinhalb Jahre. Oder doch. Ja, oder doch. Mannen, du quietscht jedes Mal, wenn dich jemand hochnimmt. Ja, hab ich mich immer dobel, ich fühl mich immer, klar. Okay, anyway. So, hier, Teddy, jetzt hast du hier ein neues Spielzeug. Die nennen wir jetzt Crazy, denke ich, und nicht Susi. Susi ist ein Name, der passt jetzt gar nicht für einen Hund, finde ich. Die heißt Crazy, unsere alte Crazy, weil die sah so aus, unsere junge Crazy. Das war die Mutter aller Hunde. Da haben alle Hunde gelernt, Rolle, Ballspielen. Und die haben sogar noch auf der rumgeturnt, bevor sie dann wie cut off the balls. Also Crazy war schon ein super Hund. Und die sieht aus wie Crazy, gell? Und die da sind wirklich zu tun, die da rein drin sind, Leute. Dannst duprest die ganze Zeit, die da sind auch gleich wieder auf der guten Ginke. Und dann hast du's nicht mehr, warum? Ich gehe nicht mehr, warum? Dannst du's nicht mehr.